Eure Fragen beantwortet heute mit folgender Frage. Ich bekomme seit zwei Monaten keine Menstruation mehr. Die Ärztin bietet mir als Lösung nur die Pille an. Was kann ich machen? Leider fehlt es vielen Medizinern an einer Zusatzausbildung in Richtung Vitalstoffe oder Pflanzenextrakte. Hier ein paar schöne Lösungsansätze, die du mit deinem Therapeuten besprechen kannst. B-Komplex bzw. alle B-Vitamine haben in den meisten Fällen auch eine Wirkung auf den Hormonhaushalt. Deswegen auch ganz wichtig. Jod und Selen regeln die Tätigkeit der Schilddrüse und die wiederum hat Einfluss auf alle Steroidhormone, das heißt Geschlechtshormone. Zink hat einen großen Einfluss auf die Wirkung des Steroidhormons Testosteron, das natürlich auch Frauen haben und auch wichtig für Frauen ist. Und zu guter Letzt das allerwichtigste, Pregnenolon. Denn Pregnenolon ist die Grundsubstanz aller Steroidhormone, aller Geschlechtshormone und sollte auf gar keinen Fall fehlen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann...